Hallo Leute! Hallo! Alles klar? In Tiny Toon Adventures sind für die Videospiele statt! Das neuste Tiny Toon Adventures gibt es live auf dem Super NES und auf dem Sega Mega Drive! Hochspannung, spitzenkraftig Sound, der gefällt! Programmiert wie echter Zeichentrick und du bist der Head! Ich hab Dida in deinem Gameboy gesehen! Und ich hab Dida im Nintendo Entertainment System! Jetzt Leute Dida für Super NES! Und Dida für Sega Mega Drive! Oh yes! Dida, Dida, Dida oder Dida! Für alle vier Systeme war es so viel Spaß noch nie da! Das neuste Tiny Toon Adventures 2, der superstarke Videospiel-Spaß von Konami!